uns so also im wort befindet sich ein n und man findet es am meeresgrund also ich würde im moment sagen aber Sand hat keine fünf äh sechs Buchstaben deswegen ich frage mich gerade ein bisschen aber das wird schon so Therapie auf ihn oder wie dies ist ein 3D Urgarten was zur Hölle wie ein 3D Urgarten kann ich ich probiere es noch etwas ich verstehe das nicht ja kann ich irgendwie die Sicht oder so ändern das wäre irgendwie sehr cool ah ich war irgendwie jetzt gerade oben oder auch nicht nein jetzt war ich schon wieder oben okay 3D Labyrinth oh fuck nein okay nochmal also hier oder auch nicht doch hier irgendwo also hier lang genau jetzt bin ich nämlich hier oh fuck komm oh man ich kann kotzen so einfach weiterlaufen einfach weiterlaufen irgendwo werde ich schon den Weg finden danke Zero pro Jahr die Gamma es hat zwei Vokale Vokale sind ja A E E O O so schlau bin ich auch oh mein Gott jetzt nehme ich schon wieder über meine Zeit auf boah wie viele sind das denn und ich habe kein Mellow mehr okay machen wir erst mal oh Reacher erst mal den kaputt war der ist mir am unsympathischsten ach warum greife ich Dry Bones an ein Sprung und dann ist er weg so tot und Peach ist bestimmt auch gleich tot oder auch nicht ähm und eine Pistole auf den Reaper down noch ein Schlag und ein Sprung auf Dry Bones bei Dry Bones ist schnell damit besiegt und auch Peach ist tot äh und fuck ich wollte Kambo machen genau und von die Stipp 27 Erfahrungsmodelle och nein ich hau ich hau ab wenn es geht ich glaube nicht renn weg ging nicht renn weg danke wie komme ich da dran oh man tot tot ist sicher renn weg renn weg das muss wehe der tötet den ok wie mache ich das ähm ganz einfach ich mache jetzt mal Superpilz auf ihn und danach BAMS 80 auf auf gehen das kann ich noch verkraften mach jetzt nämlich den ersten kein Gott Mario macht den einen Dry Bones kaputt so sind in einem Zug zwei von diesen fünf Leuten fertig weg dann machen wir weiter mit dem Reaper so och der ist nicht tot ey das kotzt mich an so auf den Reaper boom tot lucky sprung auf BAMS tot superpilz es muss sein ey wehe der tötet mich jetzt nein nicht ultrapilz spinnt ihr meinen schönen ultrapilz einfach aufzugeben ihr seid dieser Typ BAM tot danke tschüss verdoppelt deine XP nein ich weiß es nicht 27 Erfahrungspunkt das ist so viel nein nein warum bin ich nicht bei meiner Mitte geblieben warum nein ja wie soll ich denn da was bist du denn schön dich zu sehen ein verkaufs Handschuhe ja hab ich alles schon das Passwort hat alles was mit dem Meer zu tun ganz ja gerne ich schon ja wie wie soll ich denn da drankommen warum hab ich sie denn nicht geheilt renn weg renn einfach warum ihr haut einfach ab diese geister können euch vielleicht noch verfolgen aber die trybones nicht und dieser komische typ mit seinem haus auch nicht ich bin tot ich bin tot flagelied und die zwei angrufe von dem typen werde ich nicht überleben doch oh mein gott das kotzt mich so an ich meine da kann man jetzt ja jetzt bin ich tot jetzt bin ich sowas von tot game over und ich fange wieder von hier an warum auch nicht ok leute dann werde jetzt aber mal sagen das war es für heute mit super mario rpg ich spiele wieder an die stelle bis wo ich gerade eben war und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder also bis dann ciao ciao ciao